Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hinterlassenschaften der Generäle, die den Knopf wie Atomboppen gedrückt haben und vor der Justiz geflohen sind. Wir nehmen an, dass sich John Paul derzeit bei Ihnen aufhält. Mit anderen Worten ausgedrückt, geht dieser John Paul also im Zentrum des Chaos, das mittlerweile die ganze Welt überzieht. Clara Yebo verschwand, während ich mit ihm im Bett war. So sehr ich auch bedauerte, was geschehen war, liebte ich ihn trotzdem noch immer von ganzem Herzen. Aus begebenem Anlass habe ich nun einen ganz speziellen Teil in deinem Hirn aktiviert. Du kannst dich nicht wehren.